Willkommen zurück. Bevor wir loslegen, zunächst eine kleine Anmerkung. Den Buchstaben, den du hier rechts oben siehst, bezeichnet man als kleines Landa. Es ist ein griechischer Buchstabe und er kommt in einigen Gebieten der Mathematik und auch Physik als Variable zum Einsatz. Und so auch bei den Exponentialfunktionen. Warum man jetzt gerade das Landa bei den Exponentialfunktionen als Variable verwendet, ist historisch bedingt. Es hilft einfach, den Mathematikern und auch Schülerinnen und Schülern ein bisschen schneller einzuordnen, wo man gerade ist. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel Dreiecke sehr oft, also die Winkel in Dreiecken sehr oft mit Alpha, Beta und Gamma beschriftet. Man verwendet hier für dieselben Teilgebiete immer wieder die gleichen Variablen, einfach um die Einordnung leichter zu machen. Gut, in diesem Video werden wir einen genaueren Blick auf die Exponentialfunktion mit Basis e werfen und, also auf die Exponentialfunktion der Form e hoch x und wir werden eine alternative Darstellungsmöglichkeit für die Exponentialfunktion a hoch x kennenlernen. Und zwar, dass man diese Exponentialfunktion auch als e hoch lande x anschreiben kann. Gut, du kannst für dieses Video das Arbeitsblatt kurz zur Seite legen. Wir werden dieses erst wieder im nächsten Video benötigen. Wie wir bereits erfahren haben, hat die Exponentialfunktion zur Basis e ganz besondere Eigenschaften. Eigentlich sogar einzigartige Eigenschaften. Und das verleiht der Funktion e hoch x einen besonderen Stellenwert unter den Exponentialfunktionen. Das ist sozusagen ein bisschen ein Orientierungspunkt oder ein Richtwert unter den Exponentialfunktionen. Man kann das vielleicht am ehesten vergleichen mit der Grundparabel bei den quadratischen Funktionen. Das heißt, immer wenn man über quadratische Funktionen redet, dann vergleicht man diese ganz gern mit der Grundparabel. Zum Beispiel, wenn wir hier die Funktion 2 mal x² oder 0,5 mal x² betrachten, dann nehmen wir ganz gern Bezug auf die Grundparabel und reden dann darüber, okay, wie verändern sich hier die Funktionsgrafen in Bezug auf die Grundparabel. Und sozusagen das, was die Grundparabel für die quadratischen Funktionen ist, das ist die Funktion e hoch x für die Exponentialfunktionen. Das heißt, es ist eine Art Vergleichspunkt, an der wir uns gerne orientieren. Und aus diesem Grund schreiben wir die Exponentialfunktionen auch ganz gerne so, dass sie immer das e enthalten. Hierfür brauchen wir zunächst mal das Wissen, dass wir jede Zahl größer als 0, also jede positive Zahl, auch als e hoch lambda anschreiben können, also als Potenz mit der Basis e. Wie kannst du dir das vorstellen? Du nennst mir einfach irgendeine positive Zahl, 5 oder 1000, welche auch immer, und ich werde dann ein lambda finden, so dass, wenn ich e hoch lambda rechne, ich deine Zahl als Ergebnis erhalte. Das heißt, man kann jede Zahl auch als e hoch lambda schreiben und wird ein entsprechendes lambda finden. Gut, dieses Wissen erlaubt uns jetzt, dass wir die Exponentialfunktion a hoch x auch in der Form e hoch lambda mal x schreiben können. Das heißt, wir finden ein lambda, so dass e hoch lambda gleich a ist. Das heißt, ich schreibe das hier kurz hin, das heißt e hoch lambda ist gleich a. Gut, und somit können wir jede Exponentialfunktion auch in die Schreibweise e hoch lambda mal x umwandeln. Gut, warum macht man das jetzt? Naja, es erlaubt uns einfach, schneller oder leichter Bezug zu unserer Exponentialfunktion e hoch x zu nehmen. Zum Beispiel, wir wollen eine Exponentialfunktion, die für x-Werte größer als 0 doppelt so schnell wächst, wie die Funktion e hoch x, dann können wir einfach die Funktion e hoch 2x nehmen. Oder wir wollen eine Funktion, die für x-Werte größer als 0 nur halb so schnell wächst, wie die Exponentialfunktion e hoch x, dann können wir e hoch 0,5 mal x nehmen. Das heißt, diese Schreibweise erlaubt es uns einfach, schneller oder einfacher Bezug zu unserer Exponentialfunktion mit Basis e zu nehmen. Das war es für dieses Video. Im nächsten Video geht es dann mit dem Arbeitsblatt weiter.